Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute wieder der liebe Epic. Hallo! Und Epic, schau mal, es wird einfach schon dunkel und wir sind heute auf der Suche nach Spider-Man. Und ich glaube, ich habe schon eine richtig gute Spur, denn da hinten sind so viele Spinnen. Wow, das stimmt, die sind hier auf den Bäumen und da ohne uns sind auch richtig, richtig viele. Okay, die wollen zu mir, die wollen alle zu mir. Du musst alle wegschnetzen. Oh mein Gott, sind das viele. Ich helfe dir. Natürlich, warte, warte, warte. Und wir können sogar die Spinnenfäden aufsammeln. Vielleicht mag ich Spider-Man. Ja, okay, warte mal. Die gehen wir alle wegschnetzeln. Die gehen wir alle wegschnetzeln. Ich habe die Hälfte meines Lebens schon weg. Meine auch. Ich kann nicht mehr rennen. Ich kann nicht mehr rennen. Ich habe Hunger. Epic! Das sind so viele. Ich muss rennen. Ich muss rennen. Ich muss rennen. Ich habe drei Herzen. Ja, ja, warte. Warte, warte, warte. Drei Herzen. Ich habe auch, ich habe drei Herzen. Okay, lass mal ganz kurz erst mal gucken. Da hinten sind noch mehr Spinnen, da hinten sind aber auch Schafe. Lass mal ganz kurz gucken, ob wir ein bisschen was zu essen finden. Und es wird noch dunkel. Vielleicht kommen sogar noch mehr Gegner. Nein! Okay, warte mal. Ich hoffe, das Schaf troppt ein bisschen Fleisch. Ja, wir haben so ein bisschen was bekommen. Ich habe zwei Hungerkeulen. Epic, zwei Stück nur. Oh nein, ich habe ein Herz. Oh, ich habe ein halbes Herz. Ich bin in Hürde gefallen. Hier, warte, warte, warte. Ess was, ess was, ess was. Ja, ja, ich esse. Danke, danke, danke. Oh nein, das ist auch ein Schaf. Aber da sind auch Spinnen. Oh, oh. Ich habe ein halbes Herz. Warte, warte, warte. Zack, zack. Ich kann dir gerade nicht helfen. Gata, pass auf. Ah! Ja, 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 warte. Nein, 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 nein. Die dürfen nur nicht springen. Die dürfen nur nicht springen. Die dürfen nur nicht springen. Warte, warte. Ich habe drei Herzen immer noch. Huh! Zwei Herzen. Nicht springen. Nicht springen. Okay. Oh, 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 oh. Okay. Oh, da vorne sind noch mehr. Oh nein. Wie viele sind das denn? Hier war irgendwo noch ein Schaf oder ein Schwein oder irgendwas. Oh, oh, wie viele. Das sind sehr, sehr viele. Das sind sehr, sehr viele. Zwei Herzen. Du musst es überleben. Du musst es überleben. Du musst es überleben. Du musst rennen, 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 rennen. Ein Herz, ein Herz. Oh, denkst du, ich kann... Okay, die haben wir auch sehr gut. Okay, ich habe ein ganzes Herz. Ich könnte hier die Spinnenaugen essen, aber dann bin ich vergiftet. Warte, hier, 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 hier. Dankeschön. Danke, danke. Und ich weiß jetzt nicht ganz, wie es aussieht. Ich bin fast vollgeheilt. Da ist noch eine Spinne. Ist das die letzte? Oh, nee, hier sind zwei. Hier ist noch eine. Ja, ich habe immer noch ein Herz, ne? Oh, oh. Da ist auf jeden Fall keine Spinne mehr. Ich gucke mal ganz kurz da oben, dass ich mir noch ein bisschen was zu essen hole. Aber ich denke, wir haben alle Spinnen erledigt, was sehr gut ist. Guck mal, hier liegen so viele Spinnenweben. Da ist noch ein Schicki. Vielleicht kriege ich ein bisschen Fleisch noch raus. Und ich habe schon gesehen, wir haben da eine Röhre. Und ich denke, die wird uns zu Spider-Man direkt führen. Das stimmt. Wollen wir da durchgehen? Du kannst gerne zuerst vorgehen. Okay, warte mal, Epic. Ich würde sagen, ich habe leider nur zwei Herzen gerade. Aber ich gehe... Ich habe zwei Herzen. Das hast du doch nicht verstanden. Ich gehe trotzdem durch. Okay, auf die Plätze. Fertig. Und let's go. Und Moment mal. Ich sehe sie. Da sind ganz viele Spider-Man. Wie cool. Oh, tatsächlich. Und vor allen Dingen, Kasia. Schau mal, wie groß die auch sind. Oh, die sind riesig. Wie cool. Okay, hier sind Küsten. Warte mal. Ich muss direkt erst mal was essen ganz kurz. Hier ist auf jeden Fall ein bisschen Brot drin. Bedien dich. Danke, danke, danke. Schau mal, wie viele. Kata, wir haben ja richtig viele Blöcke drin. Und ein paar Barrikaden. Das ist cool. Damit könnten wir hier vielleicht eine süße kleine Base bauen gegen die ganzen Spider-Mans. Okay, warte. Ich muss auf jeden Fall regenerieren. Bevor wir mit denen kämpfen oder einen Kampf überhaupt anfangen, sollten wir uns wirklich schützen. Wir haben Barrikaden. Wir haben hier so Zäune auch noch und alles Mögliche. Und hier haben wir zum einen ganz viele Waffen. Okay, Moment mal. Das kenne ich nicht. Das kenne ich nicht. Das kenne ich nicht. Und ein Spinnentier. Wie süß. Moment mal. Oh, das ist cool. Ich glaube, das ernährt sich von rohem Fleisch. Und wir können mit diesem Spinnenpad einfach springen. Wir können Wände hochkrabbeln. Wir können an einer Wand hängen. Und sie gibt uns Strings. Moment mal. Das heißt, ich könnte hier einfach... Guck mal, Epic. Ich kann hier einfach hochklettern. Wow, was ist denn da los? Tatsächlich? Okay, das ist richtig, richtig doll gut. Das ist super nice. Und guck mal, wie hoch ich springen kann. Ich bin einfach ein kleiner Spider-Man, theoretisch. Ich will ja auch haben. So süß. Guck mal, wir... Lass uns so eine richtig hohe Wand machen. Wir können ja da als Einzige dann hochklettern, theoretisch. Stimmt. Im besten Fall. Schau mal. Wir brauchen gar keine Leiter mehr. Ja, nice. Das ist cool. So nice. Okay. Aua. Hey. Ich weiß ja nicht ganz... Ja. Guck mal. Tada. Tada. Ja, nice. Okay, wir können hier jetzt auf jeden Fall die Wand bauen. Sollen wir die vielleicht ein bisschen größer machen? Guck mal, vielleicht so. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Oh mein Gott. Das ist ja so weird. Guck mal, viele da auch einfach stehen. Okay. Es ist immer noch Nacht. Und ich würde sagen, wir können trotzdem so eine kleine... Ja, eine Art von Balkon... Epic, einer habe ich gesehen. Ich habe leider keine Waffe gerade. Ich habe nur mein Schwertchen. Der kommt schon. Ja, ich habe es gesehen. Warte. Den müssen wir wegschneitzen. Oh, oh. Bitte, bitte, weg, weg, weg. Oh, der riecht doch viel aus. Ja, ja, ja. Unten ist auch noch einer. Der war doch... Oh, Katja. Ich habe ein halbes Herz. Ich habe ein halbes Herz. Äh... Katja, ich brauche mich mal ein bisschen hier zu. Ja, 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 ja. Warte, 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 warte. Der kommt da drüber. Der kommt da drüber. Ich bin hier eingebaut. Was machst du? Okay. Warte mal. Ich komme hier hochgesprungen. Und tschüss, Spider-Man. Bye, bye. Was ist denn hier los? Ich hatte ein Herz. Oh, nee. Jetzt kommt der auch hier hoch. Er kommt wieder. Warte, 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 warte. Ich kann ihn aber gut wegschneitzen. Wir sollten uns auf jeden Fall die Waffen schon mal krallen. Attacke bei der Seite. Kriegst du das hin? Ohne die anderen? Epic. Ich habe mich weggeschwitzt. Warte mal, ich mache das. Oh, mein Gott. Die halten sehr, sehr viel aus. Komm schon, Spinne. Das stimmt. Mach doch irgendwas. Ich muss mir die... Attacke bei der Seite. Epic. Oh, oh. Du hast fast... Ich habe die Hunde geschobeselt. Du hast fast den Großen hier ange... Oh, mein Gott. Okay, ich nehme erst mal die Waffen raus. Wir können uns so eine Waffe holen. Wir können uns so eine Waffe holen. Davon hole ich mir auch Munition. Das gibt es auch nochmal für jeden. Und wir haben hier nochmal die. Wir haben sehr viele Waffen heute. Guck mal. Ich gehe die auf jeden Fall einmal hier überall ausrüsten. Dann haben wir das Spinnenpad. Okay. Und wir können einfach wie cool einfach an der Wand hier auch hängen bleiben. Das ist so nice. Stimmt. Okay, schau mal. Ich rüste hier ein bisschen unsere Wand aus. Epic, was ist das hier? Was haben wir denn bitte hier gebaut? Jo, ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist nicht so wirklich schön. Guck mal. Ich kann hier so eine Art kleine... Was hast du gemacht? Kommt der Große. Der Kleine. Das ist ein kleines Spider-Man. Ja, warte doch mal. Guck mal. Guck mal, der kann da nicht hin. Schau mal wie cool. Hol dir die Waffen. Hol dir die Waffen. Warte, warte, warte. Ich habe halbes Herz. Ich mache. Warte. Okay, das ist nicht so wirklich... Tschüss. Ich versuche es. Oh mein Gott. Der hält sehr, sehr viel aus. Ich nehme die weitere Waffe. Oh. Das riecht sehr gut. Okay, warte mal. Ich nehme mir auch mal die alle raus. Cool. Zack, zack und zack. Sehr gut. Und essen wir ganz gut natürlich. Okay. Ich habe jetzt glaube ich alles Wichtige im Inventar zumindest. Hier, 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 hier. Was denn? Bitteschön. Oh, eine Spitzhacke. Cool, Dankeschön. Und die könnte ich vielleicht hier hin hin machen. Ich würde das gerne noch so ein bisschen größer machen, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, das ist nicht so praktisch. Wir könnten das hier ein bisschen ausbauen. Schau mal, ich baue hier meine kleine Plattform insgesamt. Ja, genau. Schau mal so leicht. Oh mein Gott, das ist so nah an den ganzen Spider-Mans hier. Passt du es auch. Da kommt einer mal wieder. Warte, ich glaube hier diese Biogun. Die ist sehr nice. Oh, wo ist er? Er ist da unten, er ist da unten. Nein, 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 nein. Bleib du mal weg, bleib du mal weg, bleib du mal weg, bleib du mal weg. Epic, da kommt jemand. Katja. Der bekommt Damage. Der bekommt Damage. Wow, ist noch der da da? Ich kann hier eine größere. Wir haben ihn, wir haben ihn. Oh, das ist sehr nice. Oh, das sind so viele. Das sind richtig viele. Guck mal, ich mache hier auf jeden Fall so eine richtig große Plattform hin, dass wir uns auf jeden Fall gut bewegen können. Ah, so ein bisschen, ich weiß nicht so ganz. Okay, so warte, da kommt sogar noch einer. Diese Biogun ist auf jeden Fall mein absoluter Favorit. Man kann nämlich einfach, hast du das gesehen, wie so eine Art kleine Bombe hier machen. Man kann ein bisschen Gift platzieren. Das ist so nice und die kann man immer größer. Ja, 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 man kann die größer machen. Zack, 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 zack. Was? Wo kommt er denn hin? Spider-Man. Yo. Weg. Oh mein Gott. Ich werde hier fallen. Da denkst du, die gehen wieder weg, leider. Ich glaube, man kann nur eine begrenzte Anzahl haben. Ach so. Cool. Guck mal, das ist echt cool. Oh, und hier haben wir noch eine, ups, eine Shotgun. Okay, warte, wir machen das nochmal ein bisschen größer hier. Aber ich denke, wir sind schon ganz gut ausgerüstet. Wir könnten dann wirklich so eine kleine, eine Fallen-Dings hinmachen. Oh Gott, man springt so hoch. Ich glaube, das ist ganz nice. Und weißt du, was auch cool wäre? Ich versuche jetzt hier noch, wenn wir irgendwie hier nochmal runterfallen sollten, eine kleine Wand zu platzieren, dass wir auch wieder hoch können. Ja, ja, das ist eine gute Idee. Ich habe hier oben auf jeden Fall so eine Art kleines Häuschen gebaut. Oh Gott, der passt da bloß auf. Ja, ich bin so nah an den. Oh, oh. Okay, hier sind wir auf jeden Fall relativ sicher vor den ganzen Spider-Men. Ja, ja, das passt sehr gut. Guck mal, ich mache hier wirklich noch eine kleine Wand hin. Ich glaube, das passt ganz gut. Hier haben wir noch ein bisschen mehr Blöcke. Bitte mehr Blöcke geben. Dankeschön. So vielleicht. Dann einfach nochmal hier lang. Da kommt einer. Da kommt einer. Da kommt einer. Ich muss die Biogun benutzen oder die Shotgun. Ich weiß noch nicht so ganz. Oh, macht der viel Damage. Oh, macht der viel Damage. Du hast mich weggeschnetzelt. Es tut mir leid. Epic! Helf mir! Okay, ich bin wieder da. Und wir schnetzen auf jeden Fall hier den Großen nochmal weg. Und warte. Zack. Sehr gut. Hat sich da vielleicht ein kleines Skelett einfach... Oh, wurde weggeschnetzelt. Wie gut! Guck mal. Ich glaube, mit der Shotgun hier. Ich glaube, das ist eine Shotgun. Nee, ja doch. Damit kann man richtig cool nach dran zoomen. Schau mal. Das ist sehr nice gemacht. Warte. Den schätze ich natürlich auch nochmal ganz kurz weg. Weg mit dir. Weg. Oh, du hilfst mir. Dankeschön. Ich muss nachladen. Ich muss nachladen. Ich muss nachladen. Oh, ich habe dich getroffen. Auszusehen. Wie? Der Große ist unter uns. Ach nee. Ich dachte, den hätten wir bereits. Okay. Komm, wir machen so eine Bombe. Wir machen so eine Bombe. Nicht mich! Entschuldigung, das war aus Versehen. Du hast den Großen gehabt. Sehr gut. Okay, ich helfe dir nochmal hier mit den Kleinen. Guck mal, ich wollte so eine kleine Bombe machen. Warte. Oh, das ist eine gute Idee. Geht rein. Er geht rein. Und? Komm schon. Nein, das muss größer werden. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Die ist auf jeden Fall ein bisschen vergiftet. Guck mal. Warte. Perfekt. Den haben wir. Noch einer ist hier unter uns. Ja, leider klappt es nicht immer so gut. Warte mal. Ich muss ganz kurz nachladen. Die Laser Rifle, glaube ich. Oder? Nee, Pulse Rifle. Die ist auch ganz cool eigentlich. Oh, du kannst mit der auch nochmal dran zoomen. Hast du das mal gemacht? Oh, ja, ja, ja. Das ist sehr nice. Okay, warte mal. Wie gut. Ich denke, wir könnten hier nochmal ein bisschen höher bauen. Dann haben wir hier wieder... Da kommt noch einer. Ja, aber guck mal, wie cool. Ich kann einfach weggehen. Tschüss. Bye, bye. Diesmal bekommt ihr mich nicht. Oh, mein Gott. Diesmal bekommt ihr mich nicht. Schau mal. Perfekt. Sehr gut. Okay, jetzt haben wir hier, glaube ich, so einen richtig coolen Weg und können immer hochgehen. Und dann würde ich sagen, können wir ein bisschen Action machen. Let's go. Ich gehe hier meine Dings nehmen. Warte. Ja. Und ich kann wieder hoch. Sehr cool. Ich ziehe die wieder weg. Und? Komm, 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 komm. Und hoch, 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 hoch. Hoch. Oh nein. Hoch. Schaffst du das? Ja, ja, ich bin oben. Ich bin hier unten im Bauch. Das ist so praktisch mit dem kleinen Spinnentierchen. Okay, warte mal. Ich muss gucken. Weg, 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 weg. Und hoch. Ich helfe dir. Ich helfe dir. Oh, gotcha. Also ohne das Feature wäre es sehr schwierig. Das stimmt. Warte mal. Guck mal, der bekommt einfach die ganze Zeit Damage. Der Arme. Das ist richtig, richtig gut. Tschüss. Okay, warte. Biogun. Und? Nein, 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 nein. Oh, pass auf, pass auf, pass auf. Ja, warte, ich gehe auch nochmal. Warte. Oh, du musst gucken, dass ich dir nicht Damage mache irgendwie. Stimmt. Ich hänge an der Wand. Sehr gut. Du kannst auf jeden Fall auch sneaken dran, glaube ich. Ich muss nochmal. Sehr gut. Oh, Epic. Jetzt ist kein guter Zeitpunkt. Geh hoch, geh hoch, geh hoch, geh hoch. Das war sehr, sehr knapp. Warte mal. Und zack. Und zack. Und zack. Und. Oh, das Nachladen dauert sehr lange bei den ganzen Waffen hier leider. Was machst du? Gehst du hier lang geschießen? Ich habe hier. Dankeschön. Ich habe hier noch gar keinen getroffen. Ich stelle sie hier gerade noch weg, aber ich glaube. Nein, 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 nein. Ich habe ein Herz. Ich habe ein Herz. Ich habe ein Herz. Eineinhalb Herzen. Ich muss das essen. Pass auf, Moment mal. Ich sehe hier noch. Oh, Katja. Hier unten sind noch richtig, richtig viele. Ich weiß. Ich helfe. Ich helfe. Ich habe leider gerade nur drei Herzen. Das heißt, ich muss ein bisschen warten. Ich weiß echt nicht, welche Waffe hier am besten ist, wenn ich ehrlich bin. Okay. Der wird weggeschätzt. Oh, sehr gut. Okay. Hier steht noch. Oh, nee. Hier steht noch zwei. Ich gehe jetzt hier mal reinschießen. Einfach so eine Bombe. So, warte. Oh, hier kommen die auch. Ja. Was machst du? Aua. Wurdest du weggeschnetzelt? Ja, gerade. Ich gehe hier ganz viele so kleine Bömmchen hinsetzen. Ich hoffe, die macht Damage. Vor allem so mittendrin. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Nein. Ich habe eine. Nein. Ich schieße jetzt einfach nur rein. Da ist schon wieder jemand hier. Oh, nein. Nein, nein, nein. Ich helfe dich, helfe dich hier. Pass auf. Pass auf. Das gibt es doch nicht. Ich renne weg. Ich renne weg. Pass auf. Oh, da sind zwei hinter dir. Die. Die. Wie weit wollen die mir hinterherlaufen? Tschüss. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Wir sind doch so viele miese, fiese Spider-Men. Oh, nö. Echt so? Warte mal. Nachladen. Oh, das läuft richtig gut. Wir können es perfekt vor ihm platzieren. Ja, warte. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh Gott. Oh Gott. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Ich habe einen. Warte, warte, warte. Den noch. Und da. Einen haben wir noch. Und? Den haben wir auch. Sehr nice. Okay. Es sind noch ein paar Leute. Auf jeden Fall. Ich versuche noch so ein paar granatenmäßig zu setzen. Diese Bio-Gun-Dinger. Oh, aber ich bekomme auch von denen Damage. Warte mal, das ist gar nicht so gut. Okay, noch einen habe ich. Und. Ja, die geben leider nicht so viel Damage. Hey. Na, Leute. Ich glaube, wir sollten wieder zu unserem alten Punkt. Ich glaube, der war ein bisschen besser. Als hier auf dem Sand überall. Ich versuche die ganze Zeit was hin zu platzieren. Warte mal. Ja, ich komme zu dir. Machen die Damage den? Ja, 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 ja. Guck mal, aber ich mache denen auf jeden Fall ein bisschen Damage. Vielleicht ein bisschen weiter. Und. Kommt schon. Nein, ich muss nachladen. Ich muss nachladen. Jetzt, 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 jetzt. Guck mal. Oh. Und. Sehr, sehr gut. Guck mal, wie viel. Oh, what? Ich habe die richtig hochgeschneidert damit. Oh, nein. Oh, guck mal, da hinten gerade. Ich habe die Damage bekommen. Ich habe auf jeden Fall noch einen. Hier. Den werde ich wegmachen. Das ist einer der größeren. Okay, jetzt nur noch die kleinen hier. Okay, jetzt haben wir nochmal richtig Action hier. Guck mal. Ich glaube. Oh, wo? Ah. Das sind schon noch viele. Aber. Wir gehen so viel dahin platzieren gerade. Schau mal. Das ist nicht richtig. Oder kommt hier einer von der Seite. What? Ja, 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 ja. Warte. Ich mache trotzdem weiter. Erst mal auf die. Und. Wieder eine Explosion. Oh, Gott. Epic. Das ist sehr, 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 sehr knapp. Wir haben es gleich geschafft. Wir haben es gleich geschafft. Ich glaube, wir könnten. Sehr gut, sehr gut. Okay. Wir können, glaube ich, nicht nach unten. Hallo, Leute. Na? Ich bin eine Spinne. Ich kann hochkrabbeln. Ich glaube, wir könnten jetzt juridisch näher dran. Ich glaube, je näher, desto besser. Also, ich glaube, da machst du mehr Damage. Irgendwie habe ich so ein Gefühl. Oder ich treffe die besser vielleicht. Guck mal. Warte. Und. Komm, 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 Spiderman. Nein. Aufpassen, ich mich treffe. Ich habe ein halbes Essenskreule vergeloren. Ist es der letzte? Da ist einfach ein Skelett. Weg mit dir. Aua. Oh, du hast mich getroffen. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Ich bin nicht gestorben. Ich habe ein halbes Herzchen. Waren das alle? Ich weiß es nicht. Warte mal. Ich glaube, tatsächlich haben wir. Ich habe ein Herz. Warte, warte, warte. Ich denke. Ich höre zwar noch so ein paar kleine Spindchen. Wir haben aber, glaube ich, alle Spidermans auf jeden Fall weggeschnetzelt. Und es wird einfach wieder Tag. Ich denke, wir sollten schleunigst wieder zurück. Am Ende kommen hier noch ein paar mehr. Und Moment mal. Ich sehe da noch ein paar normale Monster. Aber ich denke, die Waffen behalte ich auf jeden Fall. Die sind richtig nice. Das Spinnentierchen ist auch super cool. Weg mit dir. Und wir können wieder getrost zurück. Wir haben einfach alle Spidermans. Nein. Weggeschnetzelt. Ich muss noch kurz was essen. Und wieder ab zurück. Und wir sind wieder zurück. Hallo. Guck mal, hier sind wir reingegangen. Und wir haben jetzt einfach voll die nice Spinnkräfte eigentlich schon. Wir können jetzt hier hoch springen. Wir können überall dranklettern. Guck mal, ich kann hier einfach, theoretisch. Guck mal. Ich kann hier einfach ganz normal wieder Spinnen dranklettern. So nice. Und es hat so gut geklappt. Es waren sehr, sehr viele Spidermans. Sehr viele. Ich habe nicht mit so viel gerechnet. Stimmt. Aber wir haben es richtig gut gemeistert. Und die Biogun war, glaube ich, meine Lieblingswaffe. Also die war richtig cool. So, das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. 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 Tschüss.